Grüner Welt Lina aus der Pfalz? Ja, spinnt der Thomas Hänsel denn jetzt komplett? Das war mein erster Gedanke, als er mit diesem Wein ankam. Doch nachdem ich den grünen Welt Lina aus der Aufwindlinie probiert habe, muss ich sagen, nein, da hat er wohl alles richtig gemacht. Dieser grüne Welt Lina ist etwas fruchtbetonter als die meisten Österreicher, doch trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen super lecker. Auf alle Fälle sehr eigenständig und er kann den Österreichern sicher Konkurrenz machen.